Hallo Traders, Alexandros hier. Im heutigen Video möchte ich über das Konzept des Quantifizieren im Trading und wieso es wichtig ist sprechen. Also, nehmen wir an, wir sind eine Firma, die Medikamente auf den Markt bringt. Wenn wir etwas Neues probieren wollen und etwas Neues herausbringen wollen, dann müssen wir schon gewisse Richtlinien haben. Wir müssen es testen, um die Probleme zu finden, die wir konfrontieren werden, um das Verhalten zu sehen von dem Medikament. Und das unerwartete Verhalten herauszufinden. Wenn es jetzt, wie ich angesprochen habe, ein Medikament ist, dann machen wir das, um herauszusichern, dass wir viele Fehler vermeiden. Dass wir Unerwartetes nicht treffen. Genauso ist es auch bei einer Strategie. Wir müssen auch gewisse Richtlinien haben, die wir verfolgen können und testen. Zum Beispiel, wie testen wir das? Wir testen eine Strategie anhand der historischen Daten, die wir haben. Wir evaluieren das Verhalten der Stops. Wir evaluieren das Verhalten der Take Profits, des Average Trade. Die Stabilität des Average Trade. Die Stabilität der ganzen Parameter, die wir haben im Laufe der Zeit. Und wir machen das, um zu sehen, was für Verhalten wir erwarten können von einer Strategie. Wir machen es, um das Verhalten der Strategie zu evaluieren. Zu evaluieren, wie es sich verhalten sollte, wenn der Markt, nehmen wir an, einen sehr hohen, sehr starken Uptrend hat, einen sehr starken Downtrend oder auch überhaupt keinen Trend hat. So können wir gewisse Referenzpunkte haben, um zu sehen, wie sich eine Strategie anhand welchen Marktkonditionen verhalten kann. Das ist sehr wichtig für uns als systematische Trader, weil so können wir wirklich quantitativ festhalten, abstrakt, was wir erwarten können, was in diesen Situationen diese Strategie machen sollte. So können wir, wenn wir eine Strategie online bringen, können wir auch sehen, wie sie sich verhalten wird. Aber das können wir nur erreichen, indem wir wirklich die Strategie testen. Indem wir testen und festhalten die Bedingungen, die die Strategie gibt. Im letzten Video wurde ich darauf angesprochen, wann weiß ich, dass die Strategie nicht mehr funktioniert. Nehmen wir an, wir haben eine Strategie und wir testen diese Strategie in den historischen Daten. Wir können sehr viele Anhaltepunkte haben, wann eine Strategie nicht mehr funktioniert. Zum Beispiel ein Max Drawdown. Ein Max Drawdown ist, wenn du, nehmen wir an, wir testen diese Strategie nur mit einem Kontrakt, wie viel Verlust diese Strategie maximal eingehen würde mit einem Kontrakt. Das wäre unser Max Drawdown. Wenn wir jetzt in Zukunft diese Strategie traden und diesen Max Drawdown überschreiten, daher, wir machen mehr Verlust, als was der Max Drawdown ist, dann könnte das ein sehr starker Indikator für uns sein, dass vielleicht etwas nicht richtig läuft. Jetzt können wir auch andere Parameter nehmen, wie zum Beispiel ein Average Trade, dass obwohl die Marktkonditionen hier sind, die eigentlich gut wären für die Strategie, dass wir weit entfernt von unserem Average Trade sind. Das heißt, wir müssen wieder evaluieren, ob wir vielleicht etwas falsch gemacht haben oder wieso der Fall sein könnte, dass wir nicht diesen Average Trade schaffen. Es können auch andere Sachen sein, wie zum Beispiel zu viele Verluste nacheinander. Wenn wir jetzt eine Strategie auf die letzten 10, 15 Jahren testen oder vielleicht 20 Jahren, kommt darauf an, wo wir sie testen und auf was wir sie testen, dann kann es sein, dass eine Strategie auch, sagen wir, 10 Trades nacheinander verliert. Wenn wir jetzt eine Strategie online bringen und da verliert die Strategie über 10 Mal nacheinander, da würde ich auch achten. Und das ist etwas, was wir wollen, dass wir anhand gewissen Daten die Strategie verifizieren können und quantifizieren können, was wir für Erwartungswerte haben wollen, wenn wir eine Strategie traden. Wir müssen es anders betrachten, dass jede Strategie, wenn wir sie traden, könnte auch wie ein Business betrachtet werden, weil wir investieren in Kapital und wir haben gewisse Erwartungswerte von dem Kapital, was wir investieren. Wir machen es nicht zufällig. Wir versuchen wirklich anhand der Erwartungswerten, die wir haben, gewisse Resultate zu erwarten und die dann zu sehen auch. Wenn wir diese dann nicht sehen, diese Resultate, dann können wir darüber nachdenken, ob wir eventuell unser Kapital woanders hinzufügen. Also in eine andere Strategie oder in etwas anderes. Deswegen ist es halt sehr gut für uns, dass wir diese Erwartungswerte haben. Natürlich kann es auch sein, dass eine Strategie, wenn wir sie jetzt die letzten 10 Jahre testen, an einem Jahr nicht funktioniert hat. Das ist auch ein Erwartungswert, dass wir sagen, die Strategie hat Retouren, wenn wir ein Money Management anwenden, nur von 5%, sagen wir mal. Obwohl wir im Schnitt 20 oder 30 erreichen könnten, sagen wir, sie hat nur 5 oder sie ist auf 0 oder sogar im Minus. Es könnte sein, dass das auch ein Erwartungswert ist im Laufe von einem Jahr. Es ist alles relativ im Verhältnis zu dem, was wir evaluiert haben. Das Wesentliche ist aber, dass wir diese Referenzen haben, auf diese Referenzen zurückgreifen können und dann sehen können, ob es wirklich so ist, ob die Strategie so funktioniert, wie sie funktionieren soll oder ob die Strategie auch einfach nicht funktioniert. Und das ist der Hauptunterschied zu einem diskretionären Trader. Wir richten uns an Daten, die abstrakt sind, präzise, die man testen kann und statistische Analysen und Regeln folgen, im Gegensatz zu einem diskretionären Trading, was eher subjektiv ist und nicht verifizieren werden kann im selben Sinne. Daher ist es für uns dann, wenn wir die Strategie haben, ist es einfacher, die Strategie auch zu traden, weil wir können selbstsicherer sein in unserer rationalen Abilität, dass wir diese Strategie auch richtig kreiert haben und dass wir viele Fehler vermeiden. Wenn du jetzt zum Beispiel sehen willst, wie eine Strategie kreiert werden kann, dann kannst du bei der Beschreibung im Video unten das Webinar sehen, was André macht und er zeigt, wie er eine Strategie kreiert. Wir müssen aber auch, wenn wir jetzt eine Strategie kreieren und Strategien traden, wir müssen um Mindset ändern und umdenken. Warum wir diese Parameter gewählt haben, wenn wir diese Strategie kreieren? Warum wir etwas aussuchen? Nur so können wir auch einen Erfolg sicherstellen, weil nur, weil ich ein Parameter ausgewählt habe, und der Parameter sieht gut in den letzten zehn Jahren aus, heißt es nicht, dass es in der Zukunft jetzt auch gut aussehen würde. Wir müssen die Logik hinterfragen, wieso wir etwas machen, wieso es Sinn macht, dass wir etwas machen. Und das ist halt der Punkt, der uns hilft, dass wir, wie gesagt, sicherstellen können, wieso die Strategie in Zukunft funktionieren kann, wieso sie in Zukunft funktionieren sollte und wie wir Fehler vermeiden. Ein einfaches Beispiel für das könnte ein Stop-Loss sein. Ich kann entweder einen Stop-Loss aussuchen, der wirklich die besten Resultate bringt, oder ich kann einen Stop-Loss aussuchen, der in einer sehr guten Zone ist, wo wenn wir, was meine ich damit, wenn wir Stop-Loss suchen würden, in der Zone, wo er ist, nehmen wir an, 1000 Euro. Eine sichere Zone könnte 1000 Euro sein, für einen Stop-Loss, weil bei 900 Euro, 1100 Euro, 800 Euro und 1200 Euro die Resultate identisch sind. Wenn wir jetzt aber ein Stop-Loss nehmen würden bei 500 Euro, kann es sein, dass es ein Ausstecher ist, ein Außenseiter, der halt sehr gute Resultate bietet, aber in der Umgebung, wo der ist, daneben sind alle anderen Resultate sehr schlecht. Daher, wie gesagt, wir müssen unsere Daten haben, damit wir verifizieren können, wann etwas funktioniert, wie es funktioniert, wie es funktionieren sollte, und wann es nicht mehr funktioniert. Nur so können wir auch objektiv testen und verifizieren auch im Nachhinein, aber wir müssen auch die Logik hinterfragen, wieso wir es ausgesucht haben, damit wir absichern können, dass es in der Zukunft auch besser funktionieren kann. Wenn du jetzt kein Video verpassen willst, wie das aussehen kann, weil ich werde neue Videos rausspringen, wo ich mehr ins Detail gehen würde, wie man ein Stop-Loss aussuchen sollte, oder welche Stops mehr Sinn machen, oder wieso und wann ein Take-Profit Sinn macht, wann man Break-Even-Stops aussuchen sollte, oder wann nicht, oder Trailing-Stops, oder alles Mögliche ins technische Detail von einer Strategie, dann könntest du den Kanal abonnieren und das Glöckchen klicken, damit du auch die Benachrichtigung bekommst, wenn ein neues Video rauskommt, und ich würde mich freuen, wenn du mich begleitest mit den Videos. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für deine Zeit, und auf Wiedersehen. Ciao.